Gespeicherte Nachrichten. Erste Nachricht. Empfangen gestern um 23 Uhr. Zwei. Ah mein Martin, ich weiß, Samstag ist dein Bingo-Abend, aber ich hab trotzdem gehofft, dass wir dich irgendwie erreichen. Das ist jetzt ein bisschen dumm. Hi Martin. Stocki und ich, wir sitzen da, du weißt schon, deine Bandkollegen von Helmut Kuhl. Und es geht drum, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben diese Radiosage, was war das noch gleich? Hier war bei der Sam Antikörper-Session, so hieß es genau. Ja, das war es genau, hier mit Josef Beuys und Scherben. Ein großes Konzert. Ich stehe in der Schlange. So viele Menschen halten dieser Band die Schlange. Die Garderobe überfüllt und für'n Vollruf für ein Bier. Für die Raucher gibt's nach draußen genau eine Tür. Alle reden von Rock'n'Roll, Sex und Drugs. Der Sex, der fällt hier aus. Auf den Brötchen gibt es Lachs. Auf den Rock'n'Roll sind wir alle noch gespannt. Das ist weder DIY noch ist es Funk. Sex, Lachs und Rock'n'Roll. Das Bier viel zu teuer, die Halle viel zu voll. Value for Money, Plastik und Kommerz. Totale Verarsche und keinen Stürz. Eine uralte Band für 130 Flocken. Ich seh' mir live an, wie sie überhaupt nicht rocken. Der Sound ist mies, die Gitarren viel zu leise. Der Gesang ist amtlich laut, aber der ist dafür scheiße. Das retten wieder Pyros, noch Konfetti-Dreck. Noch weit vor der Zugabe bin ich hier wieder weg. Ich geh' nur noch auf kleine Shows und seh' sie mir an. Diese unbekannten Bands, an denen auch keiner etwas kann. Sex, Lachs und Rock'n'Roll. Das Bier viel zu teuer, die Halle viel zu voll. Value for Money, Plastik und Kommerz. Totale Verarsche und keiner hört's. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020